Bei der Geburt war schon ein Herzog. Stellt euch vor! Herzog von der Burgwein hier. Die Geburt, gell? Sie hat eine furchtbare... Was ist das auf Deutsch? Oh mein Gott, ich bin bei Versace auch nicht. Ich kann mich an Deutsch erinnern. Ja, sie hat eine furchtbare Geburtsvorstunde. Es dauerte beinahe zwei Tage. Sie lag wie ein hilfloser Reh auf dem Bett. Den Polkbett von Anne Dutrich und ja, die Medici. Sie lag da, es hat dieses Bett, dieses Eisenbett hat spezielle Griffe, damit die Frau so anhängen könnte während der Schmerzen. Meine Güte, die waren furchtbar. Bei ihr, hier... Ach, sie rief mit so ein Bett hier. Vielleicht auch ein zweites Rad, ja. Bei ihr ist es schon voll. Ja, bei dieser Geburt. Alle dachten, die Ambassadeur, die Höhere, also Hochschrampsen, die waren alle in ihren Schlaf gemacht, als sie da auf dem Geburtsbett lag. Ja, die Öffentlichkeit musste zusehen, dass das Kind eigentlich aus ihrer Eingeweide gekommen ist. Sonst wäre es vielleicht ein Changeling, ein Ersatzbaby. Ja, auf jeden Fall, zwei Tage lang, sie war total aufgebaut, um Neudeutsch zu sagen. Wer ist sie? Wer ist sie? Aber später. Jedenfalls, die Frau war am aller Ende und alle dachten, sie würden sterben. Die Minen in diesem Zimmer waren nur Gau in Gau. Ach, die...